Jo Leute, was geht ab? Ich bin Sam wieder auf meinem Kanal. Heute mache ich neue diese Woche Aufträge, Woche 4 Nummer 1 und zwar Zähme oder Jage Wildtiere. Einmal. Also Leute, sucht, also erster Schritt, schnappt euch eine Waffe, zweiter Schritt, sucht euch einen Wildschwein oder einen Wolf am besten, jagt ein Wildtier, also ihr müsst einfach eliminieren ein Wildtier. Also umzählen ein Wildtier ist einfach auf den Rücken, zum Beispiel von einem Wolf oder Wildschwein. Ich habe ihn jetzt gezähmt, indem ich auf ihn gesprungen bin und somit habe ich dann den Auftrag abgeschlossen. Oder, was ihr auch machen könnt, könnt ihr euch eine Waffe schnappen und dann einfach das Wildtier eliminieren, dann habt ihr den Auftrag auch abgeschlossen. Und ja Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert gerne meinen Kanal und auf den Knopf, wenn ihr keine Videos mehr verpasst. Ich hoffe, dass ihr euch alle sagen könnt. Ciao und bis zum nächsten Mal Leute. Tschüss. Tschüss.